Hier auf der Farm werden einige tropische Früchte angebaut, zum Beispiel Kaffeebohnen, Bananen, Avocados oder auch die vielen verschiedenen Zitrusfrüchte wie zum Beispiel Orangen und Mandarinen. Allerdings werden hier noch nicht im großen Ausmaß weitere tropische Früchte angebaut und natürlich kann man hier in Costa Rica auch wunderbare weitere Früchte besorgen, wie ich sie zum Beispiel hier habe. Aber die werden jetzt hier speziell nicht angebaut, was recht schade ist und das möchte ich euch einfach nicht vorenthalten. Da bleibt doch gerne dran in diesem Video, erfahrt einfach mehr von diesen Früchten und natürlich auch die letzten tropischen Früchte, die ich hier auf der Farm gesehen habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und wie gesagt, möchte ich euch ein bisschen zeigen, was man hier so in Costa Rica alles einkaufen kann. Das sind jetzt zum Beispiel hier tropische Früchte, die man hier jetzt auf der Farm nicht finden kann. Das sind jetzt zum Beispiel Papayas, die wachsen auf Palmen zum Beispiel. Das ist schon eine nahezu reife Papaya. Also wenn die halt orangelich werden, gelb-orange, dann sind sie reif, müssten auch ziemlich weicher sein. Und die Kerne werden auch zum Beispiel verwendet, wenn man medizinisches Leiden hat. Zumal das Fruchtfasch auch, ja, recht orange ist, schön saftig, ist, ähnelt sehr wie Wassermelonen, nämlich ganz so wasserhaltig und sehr süß. Und die sind dann jetzt hier in Costa Rica nicht sehr teuer. Ist eigentlich, ja, recht günstig, aber man kann sich für eine Woche schon mit einem feinen Betrag mit den Papayas gut eindecken. Was ich hier vorne zum Beispiel habe, ist eine Mango. Die sind etwas teurer auch. Kostet das Kilo ungefähr einen Dollar. Aber das ist jetzt eine spezielle Mango-Sorte. Das ist die Mango Mora. Das ist eine Sorte, die ich jetzt auch zum ersten Mal hier in Costa Rica gefunden habe oder beziehungsweise gesehen habe. Das ist eine, ja, entstand eine spezielle Sorte, die ich jetzt hier in, ja, in Europa eher weniger zu finden ist. Da habe ich mir jetzt auch schon ein paar Kerne genommen, die möchte ich mit nach Europa mitnehmen. Und dort habe ich mir auch ein paar Mango-Bäume von der Sorte, ja, ziehen. Was ich hier in diesem Topf habe, diese stachelige grüne Frucht, das ist die Guana-Banana. Das ist eine Stachel-Anone. Ich weiß nicht, wenn manche von euch zum Beispiel Cherry Moya kennen. Die ist ja auch so innenweiß. Und so ähnlich ist auch hier die Guana-Banana. Letztes Jahr habe ich mir auch eine besorgt. Die ist sehr süß, weißes Fruchtfleisch. Und wie gesagt, das ist wirklich ein Garmen-Schmaus. Die ist sehr teuer. Also ich habe für die Frucht ungefähr 5 Dollar gezahlt. Also nur für die eine Frucht. Und ja, Kerne habe ich mir letztes Jahr auch mitgenommen und besorgt. Und auch sie bei mir in die Erde gesteckt. Eine Pflanze habe ich sogar rausbekommen. Das macht mich recht glücklich. Momentan kümmert sich mein Vater um sie und die gedeiht recht gut. Und ich werde mir natürlich wieder reichlich Samen mitnehmen und meine kleine Baumstülle wieder aus den Samen aus der Guana-Banana zum Beispiel machen. Und was ich mir gestern auch besorgt habe, sind jetzt hier zum Beispiel Maulbeeren. Genau, schauen aus wie Brombeeren. Wachsen allerdings auf einem Baum. Da habe ich auch bei mir im Schrebergarten zwei Maulbeeren. Und es sind wunderbar, dass Maulbeerenbäumen sind. Wenn halt die Früchte reif sind, braucht man eigentlich nur an einem Baum zu schütteln. Dann fallen die Früchte ab. Und dann muss man einfach wieder eine Plane drum herum legen. Und schon kann man die auch sammeln. Riechen schon recht süß. Und ja, die sind halt auch wunderbar für vegane Rohkost auch gedacht. Also die tun auch ziemlich gut den Darm reinigen. Und als Monomahlzeit empfiehlt es sich hier immer. Sind schön wasserhaltig und süß. Und da werde ich mich dann heute auch freuen, wenn ich sie zu mir nehme. Was ich auch hier noch gekauft habe, waren rote Drachenfrüchte. Die habe ich mir letzte Woche gekauft. Sind aber schon aufgebraucht, habe ich schon vernascht. Das Interessante ist, die sind halt so ballförmig. Und wenn man sie so aufschneidet, dann sind sie halt wie ein Lederball. Also man kann halt die Haut sozusagen an einem Stück wie ein Ball schälen sozusagen. Dann hat man halt sozusagen so einen roten Softball. Kerne haben sie zigtausende Stück, ähnlich wie Kiwis. Und schmecken tun sie mir eher gesagt, haben sie mir nach nichts geschmeckt, was recht schade ist. Aber ich habe mir auch hier wieder ein paar Kerne rausgepult. Zu Hause habe ich auch Drachenfrucht. Jünglinge oder Setzlinge, sage ich mal. Und die sich halt auch mein Vater kümmert. Und das Besondere ist halt, das sind ja kaktusähnliche Pflanzen, die auch ranken. Also man kann ja hier auch eine wunderbare Mischkultur machen, sage ich mal. Ja, das ist jetzt einfach so ein kleiner Einblick, was man hier an Früchte in Costa Rica alles kaufen kann. Da gibt es noch viele weitere Früchte. Aber das sind halt jetzt so die Hauptfrüchte, die ich zu mir nehme. Neben Melonen natürlich. Und ja, jetzt meinen kleinen Cut. Dann zeige ich auch noch die letzten beiden tropischen Früchte, die ich hier auf der Farm gefunden habe. Die aber nicht in großem Ausmaß angebaut werden. Also viel Spaß dabei. Den einen Baum, den ich hier entdecken durfte, handelt sich wahrscheinlich um eine Durian-Sorte. Da kann man jetzt zum Beispiel hier eine kleine Frucht sehen. Und der Baum ist auch schon ziemlich groß. Ich habe nicht viele von ihnen gesehen hier. Aber hier unten liegt zum Beispiel eine angefaulte Frucht. Da kann man auch schon ein paar Samen sehen. Aber ich bin mir echt nicht sicher. Die schaut ziemlich ähnlich aus wie eine Durian. Ob das jetzt eine ist, kann ich nicht sagen. Weil es jetzt ungefähr 100 verschiedene Sorten gibt, wovon nicht alle essbar sind. Aber schaut schon ein bisschen stachelig aus. Da bin ich mir aber nicht genau sicher. Da gibt es nicht so viele Bäume, die hier so stehen. Da hinten ist sogar noch eine kleine Frucht. Aber der wesentlichere Baum, den ich hier entdecken durfte, ist etwas weiter dort hinten. Einen solchen Baum habe ich jetzt nur einmal hier gesehen. Das ist ein Baum, der Sternenfrüchte trägt. Kann man jetzt hier ganz schön sehen. Das sind, die werden halt so genannt, haben eine etwas andere Form. Das sind so ein bisschen fünfeckig, werden halt, wenn sie reif werden, so rot-orange, orange-lich. Hier sind ja schon einige auch auf dem Boden. Und so schauen die halt ungefähr aus. Sind, ja, wie der Name schon sagt, Sternenfrucht, weil sie von so aus wie ein Stern ausschauen. Die Früchte schauen ganz schön aus. Sind sehr lecker. Sind auch sehr, sehr süß. Die habe ich letztes Jahr in Costa Rica auch probiert. Und, ja, hier auf der Plantage habe ich jetzt nur diesen einen Baum gesehen. Aber, ja, der trägt dann doch schon ziemlich gut, muss ich sagen. Also hier sind noch einige Früchte. Und hier liegen auch viele noch auf dem Boden, die leider runtergefallen sind. Und, ja, jetzt langsam verderben. Aber das ist schon ein recht schöner Baum. Recht schmackhaft. Und, ja, auch sehr süß. Kann ich nur sehr empfehlen. Und den werde ich mir ja wahrscheinlich auch in Zukunft irgendwo mal anbauen. Wenn ich mal hier in Costa Rica, ja, eigenes Land oder Grundstücksfläche zur Verfügung habe. Und sonst, wie gesagt, die Plantage ist halt voll von Avocados, Citrusfrüchten, Bananen. Dann natürlich auch eine reine Mischkultur. Auch mit anderen Kulturpflanzen ist auch vorhanden. Also hier zum Beispiel kann man jetzt rankenden Kürbis sehen. Dann habe ich auch hier noch Aloe Vera, Beete gesehen. Auch Lärchen zum Beispiel. Also hier gibt es ganz schön viele verschiedene Baumarten, Kulturpflanzen. Und das sind jetzt so die wesentlichen Bäume, die ich euch jetzt hier vorgestellt habe auf der Farm. Mehr an Bäumen werde ich euch auch nicht zeigen. Das sind jetzt die letzten beiden, die jetzt nicht so häufig vorkommen für den tropischen Bäumen. Aber ich hoffe, dass euch meine Reihe so ein bisschen gefallen hat, welche tropischen Bäume hier auf der Farm überhaupt wachsen. Dass ihr vielleicht auch einiges mitnehmen konntet. Und ja, ich freue mich einfach, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, einen netten Kommentar hinterlasst. Und natürlich auch meinen Kanal kostenlos abonniert und auf die Glocke drückt. Damit ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hier im Rahmen meines Peace-Projektes hochlade. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal und ja, hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Ein kleiner Nachtrag von mir. Ich habe jetzt soeben einige Maulbären gefunden. Die sind mir gar nicht so aufgefallen. Das sind jetzt hier so eine kleine Baumreihe. Und so schauen die halt ungefähr aus. Also meine sind halt im Schrebergarten ziemlich klein. Das sind jetzt etwas größere Bäume. Und ja, so schauen halt ungefähr die Blätter aus. Die Äste sind sehr elastisch, muss ich sagen. Ich habe sie auch ein bisschen zurückgeschnitten. Also die wachsen halt normalerweise so nach oben. Und kann man sie halt so als Bogen sozusagen auch biegen. Und hier könnt ihr auch zum Beispiel einige Fruchtansätze sehen. Und wenn die halt reif sind, dann fallen die einfach runter. Also man müsste eigentlich nur auf den Baum schütteln. Dann fallen sie einfach runter. Aber hier könnt ihr mal so die Fruchtansätze sehen. Und das sind jetzt so diese Maulbären. So sieben Bäume, die ich gesehen habe. Die sind jetzt auch schon ein bisschen älter. Meine im Schrebergarten sind ungefähr zwei Jahre bei mir. Das sind wahrscheinlich jetzt auch vier Jahre. Und die sind ein bisschen älter. Ja. 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 Musik Was können wir hier noch alles auf der Finca bzw. auf der Farm finden? Hier habe ich jetzt einen Mangobaum von der ganzen Reihe gefunden. Das sind ungefähr sechs Bäume und die sind doch von den Blättern her recht interessant. Hier auf der anderen Seite könnt ihr auch noch einen sehen, der ist ein bisschen in Mitleidenschaft geraten. Das liegt einfach aus dem Grund, da diese Mangobäume doch recht kleine Früchte ausbilden und sich der Anbau mehr oder weniger nicht lohnt. Da habe ich mit dem Gärtner, der hier aus Costa Rica kommt, also ein Tico, geredet, der sich halt hier um die Farm kümmert. Da habe ich gesagt, die bilden halt sehr kleine Früchte aus, die sind verwurmt und da lohnt es sich einfach mehr oder weniger nicht, die auf dem Markt zu verkaufen, die an Freunde zu verschenken oder so selbst zu essen. Da ist halt der Aufwand viel zu groß. Aber ich finde, hat die Blätter trotzdem recht interessant, die hier so entdecken zu können. Was auch sehr recht besonders ist, sind hier diese Bananen hier in dieser Umgebung. Weil diese Bananen doch etwas Besonderes sind. Die haben halt nicht so diese normalen Größe, wie man die aus dem Supermarkt kennt. Sondern das sind halt wirklich Früchte, die kleiner sind. Das ist die Sorte Monsana und die schmeckt wie Apfel. Also das ist wirklich eine besondere Sorte, finde ich. Und ja, die hat wirklich einen recht süßen, apfelähnlichen Geschmack. Und da gibt es zum Beispiel Platanus oder Plantains werden die auch hier in Englisch genannt. Das sind halt größere Bananen, die halt nicht so viele Früchte ausbilden. Da kann ich euch auch später dann mal was zeigen. Die sind eher weniger süß. Also je größer die Bananen sind, desto weniger süßlicher sind sie. Und die Bananensorte gefällt mir echt tierisch gut. Was man auch noch hier sehen kann, das da, diese riesengroße Palme, das ist eine Kokosnusspalme. Also die ist halt jetzt schon recht groß. Dort drüben, wenn man die Sonne durchblicken könnte, etwas halt da hinten hier. Das ist jetzt zum Beispiel eine kleinere Palme. Und da hinten bei dieser Palme kann man auch sehen, woran ich erkannt habe, dass das eine Kokosnuss ist. Dass sie hier so Fruchtansätze hat, was ich recht interessant finde. Also hier sind jetzt so kleine Kokosnüsse. Und das ist halt jetzt eine recht junge Palme. Die andere war jetzt schon ziemlich groß. Vielen Dank.